Darf man ab April nach Holland fahren, sich dort Gras kaufen und das mit wieder nach Deutschland nehmen? Das habe ich meinem Anwalt gefragt und wenn du wissen willst, was er mir gesagt hat, dann bleib jetzt dran. Nein, es ist nicht erlaubt nach Holland zu fahren und dort einzukaufen und sich ein bisschen Gras mitzunehmen. Das steht in § 2 des Cannabis-Gesetzes drin, ganz genau im Absatz 5. Das Einführen und Ausführen von Cannabis ist verboten. Im Grunde steht da drin, dass alles, im Grunde aber wirklich alles verboten ist. Und erst in § 3 steht etwas, was in Deutschland ja so typisch ist. Da kommt die Ausnahme von verboten, nämlich die Erlaubnis unter einer bestimmten Bedingung. Das Gesetz ist aber im Grunde so ausgelegt, dass du nirgendwo kaufen oder verkaufen darfst. Das Einzige, was du machen darfst, ist das selber anpflanzen. Und da kommt die Frage, darf man sich die Samen irgendwie legal im Ausland beschaffen? Wenn du daran interessiert bist, ob man Samen im Ausland legal kaufen kann oder nicht, dann ist sicherlich mein zweites Video für dich interessant. Einfach hier auf Abonnieren klicken und bis zum nächsten Mal.